So, dann geht's jetzt weiter mit Level 2. Da bist du ja, Skylander. Die Häuptline und einige Ältere aus dem Dorf werden in der Kaskadenlichtung festgehalten. Es ist sehr wichtig, dass du die Häuptline findest. Ohne sie kehren die alten Elementarwesen niemals nach Holzhausen zurück. Und die Magie der Skylands wird niemals wieder aufgefüllt. Wir bereilen uns besser. Wir können unmöglich wissen, welche Gefahr ihnen droht. Ja, weiter geht's. Ja. Gut, dass er so eine Zeige sehr hoch zeigt. Hm. 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 ich habe ich eine so fiese Maschine konstruiert, dass sie selbst meinen genialen Verstand verwirrt. Das habe ich dir gesagt. Hm. Oh, das war's nicht so. Vigilator. 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 Oh, schon viel besser. Also, Glanshex, ich, Chaos, habe bald genug versteinerte Finsternis für weitere Physinatoren. Und dann herrscht auf ewig ehrlich fiese Zeiten in den Skylands. Was ist bloß mit euch los? Habt ihr denn gar nichts mit Türen? Diese Fortbewegungsart ist total sicher, Flynn. Das ist doch unnatürlich. Und wir wären schneller, wenn wir etwas mit Propeller hätten. Oh, tut mir leid. Er kann auch viel schneller, wenn du willst. Oh, halt dich vielleicht mal fest. Wir gehen in den Sturzflug und es könnte holprig werden. Halt mal. Ich bin Flynn, der unglaublichste Pilot in den Skylands. Ein paar Turbulenzen machen... Wahoo! Wie nichts aus? Mhm. Ich glaube schon. So, war dir das schnell genug, Flynn? Dein Haar riecht nach Erdbeeren. Hm. Da unten! Griebis! Die Häupline ist sicher nicht weit von hier! In dieser Zone sind Skyliner des Luftelements stärker. Was hat denn die Pflanzen da getan? Keine Sorge! Schlingenschlucker fressen nur die Bösen! Ich drehe total durch! Erkunden wir etwas! Plattert, Mino! Plattert! Oh! Oh! Soll ich mal gucken? Ja, mach mal! Hab ich ja noch gar nicht gesehen! Ben! 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 Elf! Ben! Das müssen wir uns jetzt holen! Wann so Masse testen, man kann doch gegen schmeißen! Was denn das hier? Kann man die Kisten bewegen! Ha, kaputt mail! Ach, weil ich glaube ich muss die Gegend schmeißen haben! Ichивke Der ist da hinten! Wir müssen die genau so schieben! dass wir da raufsprühen können. Geh mal wieder rauf. Wir können direkt raufsprühen auf jeden Fall. Darf ich das haben? Oh? Darf ich das haben? Oh? Ich dachte, der ist da. Oh! Falsche Tasse. Darf ich das machen? Ja. Okay. Das ist ein Funken-Schloss. Kenn ich. Bring die zwei Funken zusammen, um das Tor zu öffnen. Bewege die Funken an den Hindernissen vorbei, um sie zusammenzuführen. Ah, okay. Jetzt kommt der. Ah, du bist der. Ja. Na. Ja. Aber man muss nicht die Blutzer direkt einsammeln. Warte mal eben. Drachenfedern, was ist denn mit den Griebels los? Ja, die sehen alle verschritten aus. Weiß nicht. Hm. Ich lass dir erstmal auf den los. Oh, ja, Randa. Warte mal. Komm mal hin zurück. Okay. Wollt hier noch mal hin was gucken? Komm mal nicht hin, okay. Alles klar. Oh, wechselst du mal meinen gegen meinen Jade Feierkarten? Habe ich denn dazu mein Feierkopf oder nicht? Ich nicht, mach den dazu. Ja, mach, mach. Okay. Bisschen Lade. Ich meine, habe ich nicht. Ich bin nicht zimperlich. In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Bisschen Lade. Bisschen Lade. Ich versuch. Hey. Ich weiß nicht. Okay. Da vielleicht auch noch hoch irgendwo. Ja. Das sieht lustig aus, weil man denkt, man ist auf Frichadellen. Ein unumstrittener Erfolg. Okay. 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 Wo gehts denn weiter? Hier? Nein. Hier ist nur... Sicher? Ja. Hier wäre ich schon mal. Hier gibt es den Windstein. Du kannst ziemlich gut springen auf jeden Fall. Ja, von... Von deinem Countdown. Ansehen? Hm. Okay. Meine Flamme lodert! Kommt man da nicht runter? Mhm. Da gehts weiter. Wahrscheinlich... Ich gehe hier so. Ah, ich weiß was... Weißt du? Aha. Ich könnte das benutzen, um darüber zu kommen. Hm. Nein. Was ist denn da? Griebe Donnerbüxel! Oh oh. Auch fisiilliert. Das ist eine Schmerz. Das ist ein Schmerz. Nein. Das ist ein Schmerz. Ja, das ist ein Schmerz. Das ist hier ein Koffer. Das ist so schön. Okay. Okay. Krachen und brennen. Sieht aus wie ein echter Brennpunkt. Oh, wir haben beide Leben in der Gegend gekriegt. Warum? Ah, das war bei denen. Das war der Schatz? Ja. Wo müssen wir zuerst hin? Erstmal hier rum? Ich glaube hier. Da geht es weiter, glaube ich. Kannst du mal warten das nächste Mal? Okay. Das war's? Ja. Au. Hat viel Geld gebracht. Ich hatte diesmal nicht so viel. Rumpa. 800 oder so. Schnell. Aber schneller kannst du nicht werden. Oh. Hehehe. Ich war getroffen. Okay. Heute? Okay. Erstmal hier. Was ist das hier? Der Sprungkissen. Das ist eine Sprungvolle. Mhm. Darum haben die das bestimmt gemacht. Weil die würden lieben. So. Das mache ich. Okay? Dann noch. Aber der Level ist trotzdem nämlich zu Ende. Nee. Das Schatz. Gut, dass du da bist, Skylander. Du musst verhindern, dass die Gwebels den Schlingschlucker einsperren. Sie sind eine bedrohte Pflanzenart. Oder auf jeden Fall Art. Ich weiß, was ich mache. In dieser Zone sind Skylander des Lebens Elements stärker. Ahja. Wollen wir Leben nehmen? Wollen wir beide Leben nehmen? Hm. Hm. Hm, hm. Ich möchte ihn hier bleiben. Feuer. Okay. Wollen wir Leben noch geben? Oh. Es bringt Bombe. Oh … habcons Operations warned. Ich muss nur den Charakter in die Abrike. Ah.. oh. Ärger, ich lassg dich mal los cameras haben … von gut von euch, mal los. some ich Warte, noch nicht. Was ist mir hier? Was ist mir hier? Ich weiß nicht mehr. Ist nichts mehr. Oder nicht? Erst hier hoch. Oder? Warte, komm mal. Ja. Aber das ist cool. Hüpfen? Ja. Ah, da muss ich wieder einen Feierkraken. Nimmst du den mal? Wechselst du mal wieder? Okay. Ich nehme auch einen Feierkraken. Dass einer von uns das nicht schafft. Nein, mach erst mal. Weckle erst mal einen. Diesmal mach ich und du kannst mich wieder unterstützen. Das kannst du, wolltest du immer sowieso nicht richtig machen, ne? Hä? Kann ich nicht mehr erinnern. Dass ich das mal gemacht hab. Du kannst auch Doppelsprung mit A. Warte? Wofür ist B denn? Dreifachsprung. Dreifach? Mhm. Okay, soll ich das jetzt mal machen? Nee, noch nicht. War da hinten auf der anderen Seite noch was? Nein. Soll ich das machen? Nee. Gut gemacht. Aha. Ja. Ja. Gut. Mist. Willst du nicht das Geld da oben einsammeln? Soll ich jetzt? Warte. Wenn du irgendwo daneben gesprungen bist. Wichtig. Wichtig. Oder? Hm. Gute Arbeit. Hm. 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 Ob da an der Seite noch was ist? Ja. Okay. Machst du das? Ja. 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 War du fast. Ja. 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 gut hingekriegt zweiter ist das einfacher machen die dinge das ist zum verbesserung Da ist das? Ja. Oder wollen wir erst den? Ja. Geht der noch runter? Nein. Boah, da kriegt man 1000. Hast du das gekriegt oder ich? Ich. Ich dachte du. Da unten ist noch was. Guck. Wo? Ja. Ja. Hm. Oh, hier führt es. Worin führt er hin? Ah. Hey. Du hast mich fast gehalten. Aha. Kommst du mal nach? Hey, wieso geht das nicht? Was ist denn da noch ein Sprung? Was hast du denn da ganze Zeit genommen? Genau. Oh. 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 Da bin ich noch nie hingekommen. Oh. Gut, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Da waren wir schon, ne, der genommen. Von mir gucken wir, ob wir noch was kaufen können. Ja, kann man. Ich hab nicht genug gehört, es ist so. Wo man noch unten. Oben oder unten? Was ist das denn, Drachen? Halte X um in ein Drachenkostüm herumzurennen, um eine Reve über einen Schaden zu füchsen. Halte Y um einen neuen Start zu schwingen, der mir Schaden bewirkt. Kann ich nicht. Okay. Kann ich den Blaut noch was kauten? Du hast auch noch Kohle. Der hat schon alles, alle Verbesserungen. Ne, da ist noch einer. Unten. Die hier. Was ist das? Alle Angriffe mit dem Motorrad bewirken mehr Schaden. Okay. Und ich hab noch nicht den Stein. Ne. Warte mal, was hab ich jetzt? Ne. Halte X. Was? Der ist auch visioniert, oder? Griebelpanzer. Der große Griebel ist echt zäh. Warte bis er angreift und unachtsam ist, dann hol dir. Warte. Wenn er erst angreift, da kannst du irgendeine Schlabe. So. So, jetzt. Wow. Ist der weg? Ja. Ist der runtergefallen. Gut. Ne, da hinten ist er wieder. Was ist noch mehr davon? Ja. Aber die Schienenmusik ist lustig. Ich bin ein bisschen. Oh. Es ist so cool, wie lange ich fahren kann. Auf jeden Fall. Ja, wollen wir zuerst gehen? Nur Skylander der Elemente Erde und Technologie können dieses Tor öffnen. Okay, Erde und Technologie. Ja, mach mal. Willst du Erde und Technologie gemischt? Nee, mach mal bei mir Magna Charge. Nur Skylander der Elemente Erde und Technologie können dieses Tor öffnen. Und dann nimm du Erde. Nimm schon mal runter, dann. Nimm schon mal runter. So lange. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Cool. Hä? Was hast du denn gedacht? Schieb mal wieder her. Was hab ich da drüben weggeholt? Warte? Ach Mensch. Nein, warte mal. Es kommt gleich. Stimmt. Kann ich mal was probieren? Nee, aber komm mal näher ran. Sonst kann ich nicht richtig springen. Komm mal runter. Da oben musst du ja nichts mehr machen. Wollen wir essen? Was ist das hier? Ah, jetzt kann man es erst. Okay. Oh. Oh. Das ist doch gelohnt. Ja. Ich muss mal gucken, was für Attacken der jetzt hat. Oh, der hat Dauerfeuer. Nee, doch nicht. Ah. Und die andere Attacke? Hm? Das Bremsen, oder? Nee. Angriffsschub. Waren wir da schon drin? Nee, ne? Was war das, was wir gerade waren? Äh, ich glaub, da geht's weiter. Ja, 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 da geht's weiter. Da machen wir erst hier. Nur ein Swap Skylender mit der Schleichfähigkeit kann diese Swap Zone aktivieren. Oh, oh. Schleiche mal, okay? Warte, habe ich auch noch da schleichen kann? Nee. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Aber warte, kann ich dir helfen? Ja. Ja. Okay, hab ich ja jetzt mal gestand. Bestimmtes Bär, zeitanhalten. Warte mal, ne, b ist Licht aus? Oh, warte mal. Was ist das? Aber ständig zum Ableiten von den Dingen an. Licht aus. Ich verstehe. Du musst direkt auf das Licht und dann... Oder? Nee. Und jetzt? Will ich Licht ausmachen? Nee. Aha. Aber wenn du mal irgendwie Hilfe brauchst, dann... Gut gemacht. Ich muss nur B drücken. Okay. Das ist toll, ich will auf. Aha, das wird schwer. Äh, eigentlich nicht. Wo muss ich denn da her? Du musst zu dem Knopf, aber erstmal will ich das dann einsammeln. Verdammt, da habe ich gar nicht gesehen, dass da das Ding ist, war nochmal. Und erlaubt das Zutritt entdeckt, hat er gesagt. Aktivierung der Suchscheinwerfer. Gut gemacht. Zum Brot kriege ich nochmal Geld. Genau. Der hat schon mal B behalten. Aber wenn der getarnt ist, kann der nicht laufen. Du musst das glaube ich drücken mal den Knopf. Drück mal A. Ja, ist ausgegangen. Ja, weil du so lange nichts gemacht hast. Ich könnte auch nicht das machen. Dann ist es leichter. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Das einfach. Ja. Ah nochmal. Du sagst, wenn ich das machen soll. jetzt hole ich aber nicht mehr die ganzen herzen dafür zu lange lassen kann jemanden mit den diamanten kriegst du geld trotzdem wohnen auch so nicht der ehemalige münchen ich dachte erst oder hinten ist eine tür dachte ich darf da habe ich auch gedacht dann nur zum kurbel ja es war knapp aber auch 10 schütze habe ich nicht viel abgeräumt aber ich will nicht aufsetzen da geht es nicht weiter kann ich mir eine neue figur draufsetzen ich möchte ein anderer was du willst eine andere andere figur warum ich glaube da geht es weiter auf jeden fall ich bin hier unten gelandet ich gehe nur unten nachher ich komme nicht doch kann es mal durchgehen dann können wir direkt weitermachen dann können wir direkt weitermachen wenn du durch das blaue gehst ich bleibe hier ach so ne andere seite haben wir noch nicht doch nee du filmst hier kannst du das mal dahin machen dann kriegst du auch den Schatz dann kriegst du auch den Schatz spring mal ich komme ja jetzt erst dich ich kann den Bildschirm nicht so viel sehen die Sonne ist noch nicht die Sonne ist noch nicht du kannst das nicht machen Mist ich bin schon wieder egal nicht so schlimm du kannst versuchen dahin zu laufen ja ja ne reicht nicht du musst mitkommen ach schade Mist warum springst du immer daneben ich kann mich schon nicht so gut sehen ich kann mich schon nicht so gut sehen nicht schon wieder wie blendet dich denn die Sonne? von oben weiter ich sehe dann eben unsere Fensterscheibe kann ich so gut erkennen ja 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 so so was ist hier? wollen wir erst nach unten gucken? ok nicht da runter wir müssen wieder das nochmal machen ach so oh wissen wir doch wissen wir ob da hast du einen Sack mit Geld aber das war diesmal einer der nicht so viel gebracht hat was was? du hast das man sagt der nicht so viel braucht gemacht hat so wer ist wer? ja ich bin schon wieder grün ja ich bin grün du musst da hin da rauf und jetzt auf dem blauen Knopf wende das drohen wir der Rest nebeneinander oder wollen wir das so machen wir sammeln die Stromteile ein Stromteile. Okay. Aneinander vorbeigelaufen. Ja. Ah, da kriegen wir so welche Blitzteile. Richtig. Für Geld. Ich mach' die Platte hier oben. Ich hab' den noch einmal gebissen. Und da oben gebissen ist noch was. Hier aufgehend. Oh, cool, eine Arme. Aha. Guck. Was hat er denn gemacht? Ja. Yes. Mach' ich doch gut. Mhm. Und vorher gab es das nicht. Da war das nicht so ja wie. Nee? Nee. Nur normale Angeln zum Fischen. Ach. Ja. 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 Ich war hier oben auch nicht angeln. Da waren die Plattformen eigentlich gar nicht da. Kann ich das machen? Warte. Dann kannst du mir immer mal helfen. Ja. Die ist neu. Die ist neu. Welche... Was ist das denn? Dann... Schnelligkeit. Ich hab' eine Schnelligkeit. Schnelligkeit. Oh. Oh. Lasse zum Ziel... Drücke A für mehr Schub. Mhm. Und was machst du? Bereit? Drei, zwei, eins, los! Was kannst du denn da machen? Was... Was kannst du denn da machen? Hä? Ja! Gut gemacht! Oh. Hat auch viel gebracht. Ups. Mist. Ich war noch nicht wieder aufgeladen. Oh. Ich wollte gerade noch andrücken. Nochmal. Ja. Das ist ein bisschen zu langsam. Drei. Zwei. Eins. Los! Was denkst du? Ich schaffee immer wenn ich nach unschanzelte... Oh man. Zeit was zu ändern, du warst nicht schnell genug. Möchtest du mal probieren mit deinem Nitro? Mach wohl noch einen Versuch. Okay, einer. Wenn nicht mach ich. Drei, zwei, eins, los. Aber ich hab das fast geschafft. Mh. Jetzt müssen wir den Schub geben. Jetzt schub. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Gas geben Nicht Gas geben Schneller Gute Arbeit Gibt Gas 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 Oh man, ich hab noch Gas gegeben Jetzt bist du Ich hab's nicht Okay Dann musst du jetzt mit B Sprengen Wenn du merkst Vor allem wenn die, wenn die Dinger auf den Boden kommen Welche Dinger? Ah, ja, okay Man guckst du auf, na so rum 2, 1, los Wenn die Dinger auf den Boden kommen, musst du Schallwelle vorher machen Ja Okay Aber einmal musst du dann Ja, ja Sonst ist die Schallwelle nicht so groß Okay 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 Ja Du bist Ja Du bist Ja Du bist Körge Gute Arbeit Gute Arbeit Tau Ja Wenn du dann noch nicht so weit Gann Ja. Ja. Du gewinnst. Hui. Nur einmal habe ich die Schallwelle eingesetzt. Ja. Ist mal gut durchgekommen. Ja. Wow. Ich kann das besser. Ja. Oh. Weil du's ja auch gemacht hast. Oh. Oh. Oh, hohe Spension. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Edelmetalle. Oh. Was? Von dir sind Schrauben abgefallen. Echt? Ja, guck. Schieß mal. Schießt los. Ja, der überhitzt dann. Ja. Haben wir bestimmt eine Verbesserung, dass man länger schießen kann. Die sahen gefährlich aus und auch fies. Die Gräbels, nicht die in den Roben. Ups. Kannst du machen? Haben wir unten schon alles? Ja. Sicher? Ne. Du sollst doch noch einmal hier stehen. Und hier war nichts mehr. Okay, dann gut. Ups. Ach, du führst. Geht nicht. Geht nicht. Du musst mit dazu. Warte. Was oben bleiben? Ne. Geht nicht. Oh. Ich nehmle. Woa, Hilfe, die Falle! Cool. In dieser Zone sind Skyländer des Magie-Edemens stärker. Stusenaufstehen in der Gäblin. Cool. Das lässt sich nicht kalt. Und diese Flaschen können auch die Riesen aufessen. Und dann spuckt die Geld. Hab ich grad eingesammelt. Weil ich noch was kaufen muss. Das sieht du eigentlich auch. Okay, ich auch. Na warte. Ich bin eiskalt. Warte an. Stusenaufstieg. Aufgeladen. Kommst du mal hier hin zurück? Ich glaub da war noch was, ne? Da oben. So. Genau, nicht. Nichts. Ich habe zwei Warten. Hier, warte. Warte. Ja. Jetzt mach. So, ganz schnell. Mit drei Schlägen war der weg. So, die drei Münzen? Ah! Willst du die drei Münzen auch enttummeln? Ja. Und die Küste? Guck dir nicht so viel. Oh. Okay. Das kriegst du. Diesmal. Okay. Guck mal hier runter. Was ist vor? Da! Ups! Ah, Mist. Danke. Toll die Bomben. Wo ist es? Ah, da sind wir rausgekommen. Das ist ja klar. Schau mal. jetzt habe ich noch nicht platt gehofft welcher willst du? hmmm night shift überraschung haha auf in die dieser völlig verbrecherische griebel hat meinen glückszylinder bestohlen ein bisschen nervig waren sie ja immer schon, aber die sind echt aggressiv geworden und das ist mein Glückshut holst du ihn mir wieder? ja klar in dieser zone sind skylighter des gespensterelements stärker ja da unten komm ich hin da wieder weg komm ich hin da wieder weg ah nein aha hast du welche zerstört oh hat sie irgendwie auch nicht das herumgefallen ja haben wir ja gegenhaut hier hier aber ja 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 Der stinke nicht wie mir! Du hast es nicht drauf, dass es jetzt mein Hund und deine Füße stinken! Ein unumstrittener Erfolg! Hast du... Hast du... Ich hab's... Ich hab's! Und noch... Ja... Ah, cool! Warte... Immer... Da kommen wir später rein! Boah, das war alles! Hier hast du den Hut! Oh, du hast ihn! Huttastisch! Ich kann dir nicht genug danken! Hier, ein Hut für dich! Vielleicht bringt er dir ja Glück! Das ist doch was für den Winnie! Tempo! Zwei... Kritische Treff... Zwei Gesundheit! Ja, das ist gut! Aber ich lass trotzdem das hier auf! Sie hat schon was auf! Ja! Guck! Ja, stimmt! Das ist doch Frieds! Haha! Warte! Nein! Nein, nein, nein! Warte! Ist falsch! Ja! Das muss jetzt erst mal... Warte! Jawohl! Wollen wir hier erstmal das machen? Das ist besser! Warte mal! Da hinten ist auch ein Seenstein! Ich habe eine Schlange! Ich habe einen Trick! Ja! Oh! Oh, der Pickel! Sieht so aus. Oh, groß. Fortschrug. Mh. Hm. Cool. Das habe ich vorher gesehen. Komm. Ja. 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 Jetzt hier lang. Da gehts weiter. Also jetzt hier. Ah. Das, was wir als erstes nicht gefunden haben. Das Geld. Hm? Gehts hier runter? Na. Aber später kann man noch was kaufen. Der Genie hat genug Geld dafür. So kann man was kaufen. Hm. Ich bin bestimmt wieder grün, oder? Ja. Warte mal. Ich weiß. Warte. Ich mach die für die frei. Das ist der blaue, den muss ich holen. Ja. Warte. Erstmal sind die da rauf. Oh ja. Stimmt. Ja. Was sieht denn aus? Ja. Was mit dem gelben? Das ist meiner. Das ist ein grüner. So. Äh. Willst du nicht den... Du musst eigentlich den pinken da machen. Wieso? Okay, dann halt nicht. Dann machen wir halt ohne Blitz. Ach so, kriegen wir den jetzt nicht mehr? Mhm. Doch. Kriegen wir. Nein. Ach nee. Da kommen wir gar nicht hin, ne? Ja. Dann machen wir Drohne. Ja. Ich kann ja den blauen noch holen. Da. Nein. Ach so. Na klar doch. Stimmt das recht. Ich hab zur Seite aber da bin ich ein Stück hoch gegangen. Es kann weitergehen. Da ist die Holpline. Ich seh sie da drüben aber es ist ruhig. Warte. Was schon. Okay. So. Zu ruhig. Okay, minuten wach還 wird's gar nicht stand. No etwas im poking. Warte. Warte. Weit wie möglich. Weitziek. No mehr. Warte. warte mal, lasst du mich auch mal was zu essen holen? das kriegen sowieso immer beide oh gut, guck mal hier, oh ja, das kriegst du, das geld ok so warte, können wir erstmal hier gucken jetzt nicht mehr genau du schwimmst voll im Wasser ich will schon rennen will es ja nichts mehr was für ein Glück, die Skyländer wir sind gerettet der Häuptlinie die Skyländer ich wusste immer schon, dass die Skyländer zurückkommen wir brauchen sie alles gefunden außer ein Leben verloren sie haben ja ein paar Leben verloren die Skyländer haben die Schiffin gefunden wow, ich wusste nicht, dass sie so alt ist guck, Griebels ich kann die nicht ausstehen wenn ich noch einen Griebel sehe platz ich waaaaaah 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 mhm waaaaaah 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 auf die Kamera gefallen Trotz meiner Armee von fiesen Schwachköpfen habe ich die nötigen Informationen aus dieser weltverbessernden Häupliene gequetscht. Dank meiner unvergleichlichen Überlegungskünste kenne ich nun, zumindest fast mehr oder weniger, den Aufenthaltsort der vier Elementarwesen hier auf den Wolkenbruch-Inseln. Ach, sehr gut, Meister. Was ist dein Plan? Ganz einfach. Ich fiesimiere einfach nur eins, nur eines dieser jämmerlichen Wesen. Wenn sie sich dann treffen, um ihr magisches Ritual zu vollführen, wird der gesamte Vulkan fiesimiert. Und wenn der fiesimierte Vulkan ausbricht, verbreitet sich die Finsternisse der gesamten Skylands und macht mich Chaos zum Alleinherrscher. Und Glück. Oh, doch. Was hast du gesagt, Glamshanks? Nun, es ist nur, ähm, die Skylander halten dich halt meist auf. Meist immer. Weißt du, Glamshanks, ich zweifle ernsthaft an deinem Engagement für das Böse. Ah, das ist, jetzt wird er fiesimiert. Ja, ne. Also, was hast du gesagt? Nichts wird deinen makellosen, einmaligen Sieg verhindern, Lord Chaos. Ah, viel besser, Böser, Glamshanks. Oh, Herr Wattel, war ich lieb? Ja, ein bisschen lieber. Nicht wirklich. Wild, lieber war er. Findest du denn es wie möglich? Ja, Lord Chaos. Ich sorge dafür. Lass das. Da bist du ja wieder, Skylander. Vielen Dank, dass du die Häuptline wieder nach Holzhausen gebracht hast. Sie ist die einzige, die mit den alten Elementarwesen reden kann. Ohne sie kämen sie niemals zurück. Die Häuptline trifft sich gerade mit den anderen Ältesten in der großen Höhle, aber sie lässt sich ja bald nach dir schicken. Es gibt noch immer viel wieder aufzubauen, aber dank dir haben wir wieder Hoffnung, Skylander. Wo wir gerade dabei sind. Tags neuer Laden steht kurz vor der Eröffnung und er könnte sicher deine Hilfe brauchen. Das ist ganz leicht. Das brauchen wir gleich für Tagsladen, das müssen wir gleich holen. Mhm. Ich spreche mit ihm. Ja, zu langsam. Du schnappst jetzt bestimmt. Ja? Ja. Du. Kann ich das nächste? Ja. Kannst du noch. Nächste möchte ich. Wunderbar. Siehst du, für dich ist das gar kein Problem. Jetzt brauchen wir ein paar von den Blättern da, um das Dach damit zu schmücken. Hey. 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 Das ist leicht. Das ist leicht. Wird du das nächste? Zu gut. Okay. Okay. Was mache ich? Ein Verkauftüter. Oh, auch egal. Er ist gut. Aber eh schon, weiß ich schon, wo. Je mehr du davon sammelst, desto weniger zahlst du für die Verbesserungen und Objekte, die du kaufst. Aber eh schon weiß ich schon, wo. Wenn du das Einkaufsparadies nun eröffnet bist, komm doch rein und zie dich etwas um. Hier kannst du wählen, welche Arten von Objekten du in meinem Land anziehen möchtest. Du willst doch für Verbesserungen besparen. Und hier kannst du dir die einzelne Nummer so noch reingucken. Und für jeden Ländler kannst du ein paar Beispiele. Nein, es werden immer neue Dinge freigeschaltet. Okay, ja, echt. Ist nicht toll, dass du die Holkline gerettet hast, Skyländer. Das hätten nicht viele Leute umsonst gemacht. Und jetzt schon? Das ist wirklich was Besonderes. Okay, meine Güte. Ich hab gehört, sie will dir persönlich in der großen Höhle danken. In dem riesigen Baum, direkt da in der Mitte. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Belohnung für dich. Erst mal Kaffee. Wer kommt zurück, Skyländer. Warum kommst du nicht rein und siehst dich um? Ich mach die ersten zwei. Ja, die anderen gehen ja noch nicht. Ja. Soll ich auch machen? Ist das denn aufsetzen? Na, na. 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 Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Das geht alles noch nicht. Alles geht so nicht noch wieder. Ich lass jetzt mal gucken in die Halle. Hm. Was ist denn das? aber jetzt machen wir uns in der blaue der ist da hatte ich weiß was aber ganz bumm aha ja macht ok jetzt bist du auch nur auf einem knopf da kann man noch noch weiter jetzt muss den grünen hoch hoch jetzt geht's zum orangenen Knopf du musst zum orangenen Knopf gehen ja, orange aber orange ist lustig ja ich hab nicht gemacht ich bin nur stehen geblieben du hast trotzdem das meiste Geld für das Geschäft ah Danke, dass du uns vor den Griebels gerettet hast Skylander, ich dachte schon, es wäre aus mit uns zum Dank habe ich diese Funken Schlosskiste für dich damit du im Kampf gegen Chaos bestehen kannst immer wenn du in Holzhausen bist kannst du versuchen die Kiste zu knappen um Schätze für Verbesserungen und Ausrüstung zu erhalten ich dachte das als Holzhausen nicht Holzhaugen Holzhausen, ja und du sollst für deinen Mut belohnt werden diese Elementarkiste erfüllt sich jeden Tag neu mit Schätzen nur ein Skylander mit dem passenden Element kann sie öffnen oh nur Wasser wenn ich Wasser nehme möchte ich was kaufen mit Wasser vielleicht ja oder wir teilen uns das ja ja, Wasser tu mal beide, mach mal beide Wasser oder ist egal mach tu mal Wasser so Achtbein statt Holzbein Achtbein statt Holzbein so guck so cool cool ich bin unten mhm bin die und? Liene von Halshausen. Nun kommst gerade rechtzeitig. Was ist denn ein Hund? Ja, ne? Ich fürchte, die alten Elementarwesen sind in Gefahr. Jetzt, da Chaos weiß, wo er sie finden kann, musst du sie beschützen und dafür sorgen, dass sie sicher wieder hierher zurückkehren, etwas zustoßen würde. Wäre das eine Katastrophe für die Skylands. Wenn du stark klar bist, geh zu Tessa. Sie kennt den Weg zum ersten Elementarwesen. Den alten Flaschfinn. Okay, da geht's dann weiter. Ja. Sonst gibt's dann noch nix neues, ne? N-N-N. Willst du dich mal irgendwie verbessern? Kann ich bestimmen, noch nix. Mach ich erst, wenn ich mit. Okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's in Level 3. Ja. Tag, später. Ich war großartig. Untertitelung des ZDF, 2020